So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Wir wollen euch jetzt die Oktober-News präsentieren. Alles, was ihr für den nächsten Monat wissen müsst für den Oktober, aber erstmal müssen wir das Kanal-Maskottchen einblenden für den September, weil es ist ja immer noch September. Das Kanal-Maskottchen ist da, weil der Tobias Reuter, also das Erdnuss, die Raidmania gewonnen hatte, hat sich das ausgesucht für den September. Jetzt gab es ja keine Raidmania mehr. Es gibt also auch niemanden, der ein Kanal-Maskottchen bestimmen kann dann für den nächsten Monat. Wie wir das machen, weiß ich nicht. Lass ich mir noch was einfallen, wenn nicht, bestimme ich selber. Oder es ist halt dann einfach immer Raupi, dann gibt es halt kein Kanal-Maskottchen mehr. Genau, so kann das natürlich sein. Worauf die Leute immer warten, worauf sie gespannt sind, sind die News für den nächsten Monat. Das wurde gestern Abend auch schon wieder bekannt gegeben. Aber ich habe gestern schon wieder zwei Videos hochgeladen, dann noch ein drittes Video, dann ein Video aus Versehen, dann heute kommt ein anderes Video und noch eine Premiere. Jetzt muss ich das irgendwie davor oder dazwischen quetschen. Mal gucken, ob es wieder untergeht, wann das nicht mitkriegt oder wann das sieht. Ich weiß auch gar nicht, aus welcher Sicht ich das immer dann sagen soll. Wenn ich meinen Main-Account noch hätte, hätte ich ja bestimmte Ziele gehabt, hätte ich euch immer gleichzeitig erzählt, weil den habe ich ja nicht mehr. Soll ich es jetzt aus Habanero-Sicht erzählen? Der ist jetzt aber auch gebannen. Also was soll ich jetzt machen? Euch einfach sagen, was für euch wichtig ist, ohne den Bezug auf mich zu nehmen. Das wäre auch eine Option. Wir haben momentan ja noch, was haben wir eigentlich in den Raids? Genesect. Wir haben gerade noch Genesect in den Raids, aber am Samstag wechseln die Raid-Bosse auf Raikou, Entei und Suikun. Die kommen alle drei gleichzeitig rein, was ich richtig beschissen finde, weil das halt wieder totales Chaos ist. Der eine braucht das, der andere das, der nächste das. Ihr seht, da geht ein Fünfer auf, ihr wollt euch verabreden. Um 13 Uhr machen wir den Fünfer-Dot, dann stehen die Leute zu 20. 10 hauen dann ab, weil sie sehen, es ist kein Raikou. 10 hauen ab, weil sie sehen, es ist kein Entei. Es bleibt also Suikun übrig, den keiner macht. So spielt sich das also ungefähr ab in meiner Fantasie, in meinem Kopf. Aber was genau heißt das jetzt am Samstag? Vor allem Samstag ist auch Sea Day. Ich müsste Samstag eigentlich frühs ein Community-Raid machen, um die Raid-Bosse zu begrüßen. Der erste, der aufgeht, wird gemacht. Am Sonntag müsste ich dann noch einen machen. Am Montag müsste ich dann noch einen machen. Aber halt immer den, der nicht, der schon... Also, dass wir alle drei wenigstens einmal in dem Video begrüßt haben. Das wird wieder Stress pur, auf den Richtigen zu warten, den Richtigen abzupassen und in der entsprechenden Zeit überhaupt noch dahin zu kommen. Aber irgendwie kriege ich das schon hin. So, Samstag, hier steht auch da, 23. September bis 6. Oktober kommen die drei Raubkatzen in die Raids. Können alle drei Shinies sein. Raikou, Entei finde ich richtig cool. Hatte ich als Hunderter, hätte ich XL gesammelt. Suikun finde ich nicht so cool. Fehlt als Hunderter, fehlt mit XL, mit allem drum und dran. Aber ich glaube, Raikou ist hier immer noch mit am besten und am nützlichsten von den dreien. An eurer Stelle würde ich also eher auf Raikou setzen. Am 6. Oktober wird das Ganze abgelöst, dann von Schlinking. Eine Ultrabestie, die ich richtig genial finde. Vom Design her, von der Art her, von allem drum und dran. Wird das erste Mal als Shiny eingeführt. Der ist ein schwarzer Klumpen und Shiny ist ja, glaube ich, dann weiß. Es ist zweite weiße, heftige, geniale Pokémon. Was wir so aus den legendären, oder das ist ja eine Ultrabestie aus der Ultraforte. Aber ich habe Mega-Gengar auf dem Schirm als weißes, geistiges, brutales Pokémon. Und dann Schlinking stellt sich direkt daneben und ist dann eben auch so weiß. Schlinking wäre ein Pokémon gewesen, als hätte ich als 100%iges unbedingt gejagt, hochgezogen. Weil ich das einfach genial finde. Als 100%iges hochgezogen nützt das in der GWL nichts. Aber die war mir ja eh immer egal. Ich wollte einfach nur alles als 100er haben. Am 20. Oktober, das ist also 6. bis 20. Oktober Schlinking. Und 20. Oktober bis 3. November kommt Darkrai. Damals habe ich 663 Darkrai-Rates gebraucht, bis ich mein 100er Darkrai hatte. Darkrai kann man immer raiden. Darkrai ist ein starkes Pokémon. Darkrai ist nicht tauschbar. Wer da also auch ein Shiny haben will, muss das selber bekommen aus den eigenen Rates. Äh, der Rest guckt in die Röhre. Ich habe auf meinem Account... Imusama verfolgt dich jetzt. Grüße gehen raus, schön die Backen kneten. Ich habe auf meinem Account bestimmt 30 Shiny Darkrai-Rates noch rumfliegen gehabt. Hierredisch hätte man die alle verschicken können, bis auf 2, 3. Weil man die ja eh nicht tauschen kann. Deswegen ist immer... Ist wie bei Genesect. Genesect ist ja auch nicht tauschbar. Ist ja auch eher ein mysteriöses Pokémon. Wer jetzt also ein Genesect haben wollte in Shiny, mit dem Flammmodul, hätte das auch selber raiden müssen. Die Raid-Bosse finde ich auf jeden Fall interessant. Mich hätte Raiko Entei, Soikun interessiert, wegen XL und 100er Jagd. Schlingking, wegen 100er Jagd. Darkrai wäre für mich dann der am uninteressantesten gewesen. Aber hätte man bei Raids für Zuschauer vielleicht einigen Leuten anbieten können, falls die was brauchen. Was machen die Mega-Raids? Die Mega-Raids wechseln zur gleichen Zeit natürlich. Mega-Gardevoir ist so lange da, wie die 3 Raubkats noch da sind. Ich habe in letzter Zeit vermehrt Mega-Gardevoir-Raids gemacht mit dem Habanero-Account. Weil ich mit Legendären dann eh nichts mehr anfangen kann, wenn ich nur noch ein Raid pro Tag machen kann. Da kommen keine XL zusammen. Da ist auch egal, ob du ein 100er kriegst. Ich hatte mich auf Mega-Gardevoir dann konzentriert. Könntet ihr auch machen. Das ist auf jeden Fall stark und nützlich. Am 6. Oktober wechselt das Ganze aber genauso lang, wie also Schlingking dann da ist. 6. bis 20. Oktober kommt Mega-Ganga rein. Wie genial ist das? Wie genial passt das? Weil das ist ja auch das, was weiß ist als Shiny. Und passt einfach so von der Art her dazu. Schön im Oktober diese heftigen Unlicht-Geist-Pokémon. Mega-Ganga auch mega-brutal. Mega-nützlich. Mega-genial. Sehr cooles Pokémon. 6. bis 20. Mega-Ganga und dann 20. Oktober bis 3. November. Solange wie Darkrai da ist, ist Mega-Banett am Start. Mega-Banett habe ich jetzt nicht auf dem Schirm als irgendwas nützliches, krasses. Deswegen, wer es noch entwickeln muss, braucht. Wer noch hier Decks oder irgendwas, kann das mitnehmen. Was mich jetzt wundert, hier steht Krypto-Lava-Dos. Ich dachte, nachdem Arctos drei Monate die ganze Season da war, dass Krypto-Zap-Dos auch drei Monate die ganze Season da ist. Jetzt steht hier plötzlich aber für Oktober Krypto-Lava-Dos. Das heißt, wir haben nur einen Monat Zap-Dos gehabt. Wenn jetzt ein Monat Lava-Dos kommt, was kommt dann in den dritten Monat? Das macht doch gar keinen Sinn. Es ist nicht mal ein Shiny-Symbol dran. Ist das ein Anzeigefehler? Ist das falsch? Ist das richtig? Was ist das? Wieso nicht Shiny? Krypto-Lava-Dos erscheint an Wochenenden im Oktober bei Krypto-Rates. Warum? Was ist mit Zap-Dos, Shiny? So drei Monate lang. Wie bei Arctos. Ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung, was wie wo. Daraus ergeben sich, gehen wir mal ganz hier runter, die Raid-Stunden. Dass ihr am 4. Oktober eine Raid-Stunde habt mit Raikou Entei Suikun. Da hätte ich natürlich gesagt, ich nehme nur Einladungen für Suikun an. Wenn wir noch die Raid-Mania hätten, weil ich das ja als Hunder noch gebraucht habe. Hat sich jetzt aber erledigt. Was ihr da raidet, müsst ihr wissen. Dann ergeben sich zwei Raid-Stunden mit Schling-King, nämlich am 11. Oktober und am 18. Oktober. Tragt das in euren Kalender ein. Und eine am 25. Oktober mit Dark-Rai. Schling-King ist glaube ich auch ein Ding, was man im Duo ganz locker chillig machen konnte. Rampenlicht-Stunden sind aufgelistet. Gibt fünf Stück im Oktober. Am 3. Oktober haben wir Fleckmon mit doppelten Verschick-Bong-Bongs. Kann shiny sein. Am 10. Oktober Knilz mit doppelten Entwicklungs-EP. Kann shiny sein. Am 17. Oktober Irbis, doppelten Fang-Staub. Kann shiny sein. Am 24. Oktober Paragoni mit doppelt Fang-EP. Und am 31. Oktober Makabaya mit doppelt Fang-Bong-Bongs. Kann shiny sein. Alle können shiny sein, bis auf Paragoni. Knilz fand ich immer noch gut. Karpilz-Weileentwicklung hat man jetzt aber auch bei den letzten Events so. Bei Miraplata gab es das auch vermehrt wild. Irbis wäre interessant gewesen am 17. Oktober. Das wurde nämlich mal an Halloween eingeführt als Pokémon. Direkt mit Kostüm, mit Hut. Danach hat man das gefühlt gar nicht mehr gesehen. Jetzt wäre das erste Mal für alle Spieler weltweit verfügbar, dass Irbis wieder da ist, vermehrt. Und man es shiny bekommen kann. Ohne das Kostüm. Wer wirklich alles sammeln will, der hat nämlich neben dem Kostüm auch die Nicht-Kostüme. Und die Sammlung damit dann perfekt. Komplett. Pokestop-Showcases. Da wird auch einiges gespoilert. Da haben wir nämlich hier am 30. September bis 2. Oktober Fukano und Hisui-Fukano. Was mit dem Nichts-Wie-Raus-Event zu tun hat. 5. bis 9. Oktober. Und 12. bis 13. Oktober. Steht hier nichts dran. Sind Fragezeichen. Dann haben wir 15. Oktober. Haben wir Prakti-Balk und Meistergriff. Weil das ja wohl der Community-Day für Oktober wird. Dann haben wir 16. und 17. Oktober. Irbis und Pump-Gin. Dann haben wir Schuppet und Banett. 20. bis 22. Oktober. Dann haben wir wieder Fragezeichen am 23. Paragoni am 26. Und am 29. bis 31. Nebulak und Gengar. Was ja dann schon direkt in der Halloween-Zeit ist. Welche Events haben wir noch übrig? Hier steht es nochmal nichts wie raus. Vom 27. September bis 2. Oktober. Dann ein Fragezeichen-Event vom 5. bis zum 9. Oktober. Das Go-Kampf-Wochenende vom 7. bis zum 8. Oktober. Wo jeder sich eine Top-Lade-TM sichern sollte. Braucht man ja meistens nur 10 Kämpfe machen. Egal ob man gewinnt oder verliert. Das Erntefest vom 12. bis zum 17. Oktober. Dann der Community-Day am 15. Oktober. Wie gesagt wird Prakti-Balk sein. Am 21. Oktober gibt es einen Rauchtag. Das ist die Zeit wo Schuppet und Banett drin ist. Dann hier, was ist das? Teil 1 vom Halloween-Event. 19. bis 26. Oktober. Und Teil 2 vom Halloween-Event mit Rocket-Übernahme ist 26. bis 31. Oktober. Wenn ich Rocket-Übernahme lese oder höre, wisst ihr ja, dass die Bosse dann auch wieder ihre Pokémon wechseln. Dass Giovanni wahrscheinlich wieder eine Spezialforschung kriegt. Dass Giovanni wieder ein anderes legendäres Pokémon bekommt. Er hat jetzt Regi-Eyes, Regi-Steel, Regi-Rock gehabt. Was kriegt er als nächstes? Regi-Gigas? Regi-Ili-Ki? Regi-Drago? Was ganz anderes. Man weiß es nicht. Schauen wir es uns mal an. Ach, Krypto-Lugia. Genau. Jetzt habt ihr es doch wieder mal. So irgendwas. Ne. Das waren auf jeden Fall jetzt die Oktober-News. Ist da was für euch dabei? Also ich hätte mich auf Raikou, Entei, Suikun, Schlinking gefreut. Es gibt leider kein neues Mega-Pokémon. Ich hätte Krypto-Lavados-Rates gemacht bis zum Krypto-Shiny. Und ja, Praktibalk, C-Day. Hatte mir ein Hunderter erst ertauscht. Hätte ich natürlich geguckt, dass ich das gemaxed hätte. Beziehungsweise die ganze Familie gemaxed hätte. Und noch zwei andere Hunderter bekommen hätte. Weil das ist wirklich ein sehr cooles Pokémon. Und das ist, glaube ich, mein Highlight auch im Oktober. Der Praktibalk C-Day. Von dem ich jetzt nichts mehr habe. Aber ihr hoffentlich, auch wenn immer mehr Spieler dem Spiel den Rücken zukehren. Oder gebannt werden. Oder wegfliegen. Oder explodieren. Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Also, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Das waren die News. Und heute kommt noch ein anderes Video, wo ich mit meinem gebannten Account trotzdem meine Monozytos abholen möchte. Die ich mir auch spielt habe, um zu gucken, ob da vielleicht sogar noch ein Shiny dabei ist. Das wäre doch das Highlight. Shiny auf dem Bann-Account. Genau. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.